Ob das gut geht? Er ist wieder im Tierparadies, Richard Lugner, 88, hat eine neue Freundin, Bienchen, oder wie sie bürgerlich heißt Simone Reiländer, 39. Die beiden sind seit wenigen Wochen ein Paar und nun soll sein neues Tierchen in die Wiener Gesellschaft eingeführt werden. Ausgerechnet zur Geburtstagsfeier seiner Ex-Frau Christina Mausi-Lugner bringt er sie mit. Wie die beiden Damen sich verstehen, zeigt das Video. Bienchens Opa ist jünger als Lugner Richard Lugner ist ein echter Frauen- und Tierversteher. Kein Wunder also, dass er mit seinen 88 Jahren nun wieder in festen Händen ist. Er datet aktuell Simone Reiländer, die knapp 50 Jahre jünger ist als er. Um den Altersunterschied nochmal zu verdeutlichen, Bienchens Opa ist jünger als Lobber Richard. Aber wo die Liebe nun mal hinfällt? Bienchen, vielleicht will er ja mal eine gescheite kennenlernen. Eigentlich versteht sich das Paar blendend. Doch bei einem Thema sind sich die beiden etwas uneinig, und zwar, wenn es um die zahlreichen Ex-Freundinnen des Unternehmers geht. Die mag Bienchen nämlich eigentlich gar nicht leiden, wie sie erst kürzlich im RTL-Interview verriet. Ich meine, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber so richtig gescheit waren die meiner Meinung nach halt alle nicht. Da habe ich mir gedacht, vielleicht will er ja mal eine gescheite kennenlernen. Richard Lukner war bereits 5x verheiratet. Dass Richard sein Bienchen nun ausgerechnet mit zu seiner Ex-Frau nimmt, ist daher sehr mutig. Doch daran muss sich seine neue nun gewöhnen. Zu besonderen Anlässen versammelt Lukner ja bekanntlich gerne mal all seine Frauen, Ex-Frauen, Freundinnen um sich. Erst vor wenigen Tagen traf er sich mit seiner letzten Ex-Frau Kathy Lukner. Dies war seine fünfte Ehe. Die beiden waren von 2014 bis 2016 verheiratet. Mit Bienchen wolle es der Baulöwe aber langsam angehen lassen.